Ich glaube, wir haben bis anhin eigentlich keinen Gegner unterschätzt. Aber es gilt, ich glaube schon auch, wie im Auswärtsspiel gegen Pauli, wie auch zu Hause gegen Sandhausen, dass du von der ersten Sekunde an bereit sein musst, dass du schnellstmöglich Zugang zum Spiel bekommst, dass du in den Zweikämpfen bist, dass du auch immer wieder spielrische Lösungen findest. Eine gute Mischung zu bekommen, wird eine interessante Aufgabe für uns.